Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sailor Moon Drops. Ja, heute habe ich schon mal wieder ein Lust, ein Video zu machen. Heute habe ich gesehen, gibt es ein schönes Event. Ich habe jetzt leider schon den Vorspann weggemacht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall will ich heute mit euch wieder ein neues Event machen. Und zwar ist es Tuxedo Mask. Und dieses Mal haben wir wohl, so wie es scheint, ein Bingo-Event. Das hatte ich jetzt noch nie gespielt. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich das jetzt mache. Wird es vorhin aus Versehen, als ich halt drauf gedrückt habe, auch schon mal den ersten Bingo gemacht. Also quasi den ersten Platz von den vier oder fünf Reihen. Die Musik ist auch ganz nett, muss ich sagen. Ja, und man braucht 24 Bingo's, um Tuxedo Mask zu kriegen. Soweit bin ich dann schon mal. Ich drücke mal auf How to Play. Mal die Event News einfach durchlesen. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, Tuxedo Mask, klar, 24 Bingo's für Level 3 und 25 Bingo's für... Äh, 25. Ich habe jetzt oben die Max 5. Äh, 40 Bingo's halt für den, um nach Level 5 zu machen. Ja, man muss halt ein Bingo bekommen. Und das bekommt man halt, indem man 5 in einer Reihe hat, denke ich jetzt mal. Das sind bestimmt 5. Das heißt, man kann nur über die, ja, die Level spielen, indem man diese Maschine halt dreht. Ähm, und man braucht dafür bestimmte Tickets, die man als Reward, also als Geschenk bekommen kann. Wenn man kein Ticket hat, ähm, kann man außerdem Herzen benutzen. Und, ja. There are stages where you can play, train with a new character. Ähm, heißt quasi so viel wie... Dass man, äh, bestimmte Levels hat, wo du, oder wo man wieder den Charakter, den man halt bekommen kann, äh, dann halt auch in dem Level mitspielen kann. Ähm, ja. So weit, so gut, das hätten wir dann ja auch schon mal. Die Tickets werden nach dem Bingo-Event alle, ähm, gelöscht, also aus dem, bei euch entfernt. Äh, ja, und man kann halt diese Herzen benutzen. Und das ist halt jetzt komplett was anderes, was Neues, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man kann hier halt bestimmte Items gewinnen und auch, ähm, dieses Schlüssel, das ist wahrscheinlich auch für irgendwas Spezielles. Äh, ja, man braucht 27 Sterne, ist dann wahrscheinlich alles. Ja, ähm, so weit, so gut. Ich finde jetzt nur dieses Rad nicht, wo man dieses Bingo machen kann. Ah, okay, das erklärt jetzt so einiges. Man hat dann auch wieder fünf Maps. Aha, okay, ja. Ähm. Ja, und ich habe jetzt vorhin einmal gedreht, da ist dann die Fünf bei rumgekommen. Ah, und die Fünf, die kann man dann spielen. Ach, so läuft der Hase. Jetzt haben wir das auch verstanden. Da werde ich die Fünf direkt mal spielen, die ich mir mal vorhin da geholt habe. Hier seht ihr, kann man den Taxidumest auf Level 2 benutzen. Und wir haben ein Level, was auf Zeit geht. Also ich muss sagen, ich finde die Musik ja schon mal ganz schön. Es hat mal was anderes. Ja, ich weiß jetzt halt noch nicht, was unser Taxidumest so für Fähigkeiten hat. Das werden wir dann ja sehen. Wenn es dann so weit ist. So, wir müssen auf Zeit arbeiten, das heißt nicht einpennen. Einfach gucken, dass man gewisse Züge macht. Und, ja, ab dafür dann. Gerade penne ich aber wirklich einen hier nebenbei. Nur, dass wir wieder reinkommen. Ich habe ja jetzt längere Zeit keinen Drops mehr gespielt. Dann muss ich dann erst mal wieder ein bisschen, ja, rankommen. Reinkommen und so. Wenn man dann natürlich noch mit einem neuen Event konfrontiert wird, ist das natürlich auch nochmal alles ein bisschen anders. Da muss man sich dann auch erst mal noch reinfinden. Ich werde jetzt erst mal die Herzen hier auch nehmen. Ich will nämlich gerne wissen, was Taxidumest für Fähigkeiten hat. Das interessiert mich dann ja schon. Jetzt können wir die benutzen und mal schauen, was wir machen können. Ah, der macht anscheinend einen Spezialteil, den man nehmen kann. So ein Spezial, genau. Ah, und er wirft eine Rose. Das finde ich ja auch sehr schön. Das ist ja echt süß gemacht. Die Rose, die der da dann wirft. Ja, das war doch schon mal wieder eine gute Kombi. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch eventuell den dritten Sternstapfer, aber das wird hier wohl nichts gerade in dem Level. Da habe ich dann zu viel gepennt. Aber nun gut, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe das Level geschafft. Und das hat die Frage, ob man jetzt drei Sterne haben muss, um so ein Ticket zu kriegen. Oder ob man auch mit weniger Sternen das bekommt. Naja, das finden wir ja jetzt raus. Schätzungsweise. Nur zu schade, dass ich halt die Animation von Tuxedo Mask halt am Anfang weggeklickt habe. Das ist schade. Aber na gut. Ihr habt sie ja dafür dann auch gesehen. So, nächstes Level. Drei Sterne haben wir. Doch noch bekommen. Hätte ich nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Die Musik ist echt süß. Bingo. Clear the stage to get a bingo. Also man soll die State, also die Levels, beenden, um ein Bingo zu bekommen. Man bekommt verschiedene Belohnungen. Ja. Die Frage ist, ob das Rädchen sich... Aha, das Rädchen dreht sich jetzt wieder. Jetzt ist es die Nummer 6. Das ist echt süß. Get this on your Bingo. Hier sind dann diese Tickets. An irgendein blauer Schlüssel. Wo ich noch nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ich werde mir das 6. Level jetzt benutzen. Und hier könnte ich Naro benutzen. Ich nehme jetzt auch Naro. Den Enemy, also den Feind, müssen wir wieder besiegen. Das heißt... Wir müssen gucken, dass wir uns nach unten bauen. Und hier die Blockaden erstmal wegbekommen. So, das haben wir auch schon mal. Das ist halt nur die Frage, wie man sich am besten nach unten abbaut. Weil das ist ja schon echt viel, was hier so im Weg hängt. Da kommen wir auch nicht mit nach unten. Der arbeitet sich jetzt schön nach oben. Und macht mir hier alles kaputt. So, das geht auch noch nicht so ganz. Hm. Ja, also wie man jetzt gesehen hat, sobald man das eine Level beendet hat, dreht sich wohl das Rädchen für ein neues Bingo. Und das sind wohl nur 6 Level, wie es scheint. Also nicht viele. So. Jetzt kriege ich aber mal einen Feind weg. Aber auch nur den. Weiter komme ich schon wieder gar nicht mehr. Nicht schön, nicht schön. Ja, ich komme einfach nicht nach unten, weil halt die Symbole wieder total blöd hier hängen. Oh. Da ist wieder ein bisschen Pech angesagt. Der arbeitet sich hier links komplett nach oben und macht mir ja alles kaputt. Ja, das dürfen wir dann wohl sehr wahrscheinlich nochmal neu machen, das Level. Das wird so schon mal nix. Ja. So auch nicht, so auch nicht. Machen wir es mal so. Gucken wir mal, ob das was bringt. Boah, ein bisschen was, aber nicht viel. Hier kann ich jetzt auch nix abbauen, groß. Schade, schade. Den kriegen wir schon mal weg. Ja, nur noch zwei Züge. Das kann ich jetzt eh knicken. Ich werde jetzt einfach die zwei Züge irgendwo machen. Groß nachdenken. Bringt dann da auch nix mehr. Ja, aufgeben und nochmal neu versuchen. Von acht Feinden haben wir dann auf einmal 22 gehabt. Ah, cool. Weil er sich meint immer zu vermehren. So, hier kann ich dann direkt schon mal die Blockaden wegnehmen. Und die ersten zwei Feinde wegpacken. Und dann kann ich hier die linke Seite wohl, ja, direkt schon mal abräumen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, finde ich. Okay, mit Arbeiten. Jetzt hat die Frage, wie es weiterläuft. Oh, ich hätte den grünen machen müssen. Ich habe es gerade übersehen. Aber jetzt kann ich ihn immer noch machen. Dann blau. Na, dann blockiert mir das hier wieder alles. So, jetzt haben wir hier ein Fünferpart. Genau, hat er mir nicht kaputt gemacht. Ja, jetzt fehlt nur noch einer. Der eine da unten fehlt mir jetzt nur noch. Dann mache ich jetzt einfach mal die zwei wieder zusammen. Und hoffe, dass ich dann fertig bin. Aber irgendwie löst er nur die Teile um dem Feind aus. Aber hier habe ich so viel Rot. Ich habe es geschafft. Juhu. Ja, ist doch super. Es ist zwar nur ein Stern jetzt. Mal sehen, ob ich mit den 18 Zügen noch auf die drei Sterne komme. Wäre ja schön, wenn man das Event direkt... Oder die ersten Levels von dem Event direkt mit drei Sternen abschließt. Dann muss man die halt nicht mal neu machen. Zweiten Stern haben wir schon mal sicher. Sechs Züge haben wir noch. Kriegen wir hin. Wir schaffen die drei Sterne. Gut. Ich sehe hier gerade unten links ein Heiliger Gral als Item. Das ist gar nicht, was der kann. Dadurch, dass ich ja auch mal brav die Einlaufbelohnung geholt habe, habe ich auch sehr, sehr viele Items zur Zeit auf Tasche. Daher... Ja. Ich bin sogar hier Platz 1. Wow. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, dann können wir ja wieder das Rädchen drehen lassen und gucken, welches Level wir jetzt bekommen. Eine 4 wäre schön. Das heißt, wir brauchen nur drei Reihen. Oh, und es sind sogar... Ist sogar die 4. Ich brauche 24 Bingos. Ja, dann muss ich den ja jetzt erfolgreich abschließen. Dann müsste ich den ersten Bingo ja schon mal haben. Wenn es dann mit drei in einer Reihe geht. Oh, Fledermäuse. Fledermäuse kenne ich ja noch gar nicht. Was bedeuten denn diese Fledermäuse? Was machen die denn da? Ist schon lustig, finde ich, was Drops sich so einfallen lässt. Die haben ja schon wirklich einige Events dabei, wo ich sagen muss, die lassen sich echt was einfallen, damit das Spiel nicht zu langweilig wird. Auch süße Geschichten und, und, und. Ah, okay, der bedeckt mir, die Fledermaus bedeckt mit seiner Aura wohl drei Reihen, dass ich dann quasi nicht sehen kann, was da drunter unter der Fledermaus ist. Das ist natürlich auch schon ein bisschen gemein. Wenn man die aufgelöst hat, dann geht sie woanders hin. Da muss man natürlich dann auch, äh, na, am besten einfach so machen, dann sieht man, was es ist. Dann sieht man, welches Item man dann da hat. So, und hier ist er jetzt irgendwo rot. Wahrscheinlich dann hier, genau. Muss man erst mal gucken, wo das dann überhaupt auch ist. Ist das schon ein bisschen fies geregelt mit diesen Fledermäusen. Oh, der war gut. Da hab ich jetzt oben sehr gut abgeräumt. Da kam das von oben sehr gut runter. So, ja, die rechte Seite ist auch schon mal komplett abarbeitet. Es fehlt nur noch unten links. Unten links müssen wir mal gucken, ob wir da... Da ist ein grünes, das heißt, wir müssen den hier machen. Und dann mal so, mal gucken. Ah, blau, dann kriegen wir den auch schon mal weg. Ja, noch drei Silberkristalle unten links. Bin mal gespannt, ob wir das noch schaffen, das Level. Oh, den haben wir schon mal wegbekommen. Das ist gut. Die Blockade auf der linken Seite, die ist weg. Aber ich krieg jetzt hier die andere Blockade nicht weg irgendwie. Aber den rechten Silberkristall, den haben wir schon mal, sicher. Und ja, hier fehlt halt jetzt noch blau ein bisschen. Es soll halt noch blau runterkommen. Äh, ja. Na, das blau fehlt halt ganz dringend hier. Das ist jetzt blau, aber leider dann doch wieder ein bisschen falsch. Gucken wir mal, ob das was bringt. Noch ein vierer Part. Der jetzt aber auch nichts bringt, leider, weil dann das Grün jetzt wieder fehlt. Hä, ja, das ist schon gemein hier gerade. Fing so gut an und anscheinend verliere ich jetzt doch noch, oder so. Noch vier Züge. Na, das Grüne kann ich ja auch nicht auslösen, leider. Den Mond auch nicht. Ja, dann werde ich wohl, so wie es scheint, das Level nochmal machen müssen. Weil ein Zug jetzt noch dazu. Ich denke mal nicht, dass es mich retten wird. In dem Fall. So, ja. Das kann ich wohl dann nochmal neu machen, denke ich. Tja, das wird nichts. Egal, wie viel ich gucke und überlege. Ich kann da leider nichts... Ja, ich schaffe es leider irgendwie nicht. So, dann mache ich jetzt erstmal so und versuche das Level nochmal. Hat der eigentlich gut angefangen. Und dann nahm es wieder ein böses Ende. Ich versuche jetzt erstmal unten hier die linke Seite, mich in erster Linie zu fixieren. Dass man da die Blockaden wegbekommt. Na, direkt angefangen und direkt die ganzen Züge wieder weg. Jetzt soll ich mal gucken, was wir hier haben. Hier haben wir einen Stern drunter. Hier ist es grünes. Da haben wir einen Mond. So, hier auf der linken Seite passiert leider auch nicht viel. Hier ist ein Vierer Part. Den nehme ich definitiv schon mal mit. Ja, da kann ich die Blockade wegmachen, sehe ich gerade. Jetzt brauchen wir hier grün, ganz viel. Hm, gerade läuft das wieder noch nicht ganz so prickelnd. Ist ja schon ein bisschen gemein, das Level, muss ich ja mal sagen. So, das haben wir auch. Aber das Eigentliche, was wir jetzt hier auf der linken Seite abbauen wollen, das kriege ich irgendwie nicht auf die Palette. So, dann haben wir die Fledermaus hier erstmal weg. Flattert sie nach unten. Na, den hätte ich jetzt gerne ein Stück nach rechts gemacht, was jetzt aber leider nicht geht. Da wäre blau, das heißt, wir machen das so. Dann flattert die Maus wieder woanders hin. So, jetzt ist sie weg. Das heißt, zwei oder dreimal, dann ist die komplett verschwunden, so wie es scheint. Na, aber da kann man die jetzt anscheinend nicht wegpacken. Damit die Maus mal endlich verschwindet. Die Flattermaus. Na, hier passierte auch nichts großartig. Ja. Na gut, jetzt ist die Flattermaus weg. Jetzt haben wir hier auch grün, aber dann fehlt wieder da grün. Und da oben sind auch noch alle... Also die Runde, die läuft jetzt definitiv richtig mies. Da war die Runde davor viel, viel besser. Aber nun gut. Gut, dann werde ich jetzt mal noch einen Versuch starten. Weil ich würde ja schon mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir jetzt ein Bingo haben. Quasi eine Dreierreihe. Was dann passiert? Wenn man dann schon ein Bingo angerechnet bekommt. Oder, oder, oder. Also, hier ist grün, das heißt, hier oben mache ich direkt die grünen weg. Jetzt haben wir da ganz viel blau. Machen wir das direkt so, damit die erste Flattermaus schon mal komplett weg ist. Was haben wir denn hier ein Herz drunter? Und da ist da noch ein Herz. Und was haben wir hier? Ein rotes. Ja. Zu richtig laufen tut das hier auch gerade wieder nicht. Aber mal schauen. Vielleicht wird das ja noch was. Hier oben ist ja schon mal gut was weggekommen. Da fehlt dann auch wieder was. Da fehlt dann auch wieder... Hm. Da müsste grün runterkommen. Wenn man das irgendwie wegkriegt. Ja, mit den Vierer-Parts und so. Das läuft irgendwie auch nicht so gut. Die Vierer- und Fünfer-Parts, die lassen hier in dem Level zu wünschen übrig. Na, da sind jetzt Monde. Hier fehlt noch ein Mond, um halt die Blockade da unten wegzubekommen. Die Ghostala haben wir schon mal weg. Ist schon mal ein guter Anfang. Schade, ich würde gern wissen, was hat bei diesem Bingo passiert. Die Flattermaus will auch nicht weg. Jetzt ist die Flattermaus weg. Sollte weise fliegt er jetzt erstmal noch woanders hin. Aber jetzt ist sie weg. So, da kriegen wir das schon mal. Wegarbeitet. Ja, hier können wir die Blockade noch wegmachen. Dann kommt der Stern runter. Das ist gut. Hier fehlt jetzt der Mond. Ah, da ist der Mond. Auf Ansage. Ja, nur sind die linken... Also der linke Silberkristall, der ist jetzt halt noch sehr... Ja, wie nennt man das? Eingesperrt da in der Ecke. Da weiß man dann halt nicht, ob man da noch eine Chance hat. Aber das sieht eher schlecht aus. Weil auf der rechten Seite hier ja auch noch sehr viele Silberkristalle sind. Wo jetzt noch nicht großartig was passiert ist. Und nur noch fünf Züge, leider. Was kommt da noch mit drauf zu? Ja, so geht das schon mal nicht. Habe ich direkt schon mal ein Level gefunden. In der ersten Seite, quasi in der ersten Area, wo ich dann direkt schon wieder nicht weiterkomme. Ja, fängt der dann wieder gut an, würde ich mal so behaupten. Uh, ich kann mir noch einen Zug gratis holen. Aber eigentlich ist es auch unnötig. Eigentlich bräuchte man es gar nicht. Vom Versuch her. Aber na gut. Ja, schade. Hat nicht geklappt. Ja, somit stehen wir noch nicht bei nem Bingo, sondern kurz vor nem Bingo. Dann werde ich hiermit aber auch die Folge erstmal wieder beenden. Ich hab's ja jetzt mal ein bisschen länger gemacht nochmal. Weil ich ja jetzt länger keine Drops-Videos mehr gemacht hab. Joa. Ja, anstatt dieses halt ne andere Map bekommen. Man sieht hier auch, dass hier Schwierigkeitsstufen draufstehen. Das ist mir jetzt eben noch gar nicht so aufgefallen. Und ich hab wohl das Einzige Schwere jetzt bei Nummer 4. Die anderen sind easy, normal und das ist halt schwer. Einfach, normal, schwer. Also drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und so wie es ausschaut, ist hier so ein Taxidomask-Bild, muss man wohl die Eins und die Neun haben. Frage mich halt, wie viele Tickets ich habe. Drei Stück. Okay. Ich drehe jetzt einfach noch nicht neu. Ich mach das sonst in der nächsten Folge nochmal mal schauen. Denn ich wollte mich ja verabschieden. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid im nächsten Taxidomask-Event wieder mit dabei. Tschüss. 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 Tschüss.